Bei Let's Dance tanzt er sich an der Seite von Ex-Prince Charming Nikolas Puschmann in die Herzen der Zuschauer. Privat schenkt er seine Liebe, aber jemand ganz anderem. Einige Jahre nach der Trennung von Tanzpartnerin Katrin Menzinger hat Vadim Gabuzov seine neue Traumfrau gefunden. Einst heimste das ehemalige Power Couple mit der Flottensohle zahlreiche Titel ein. Im Juli 2015 folgt dann die Trennung. Katrin und Vadim gehen aber im Guten auseinander. In der aktuellen Staffel der RTL-Tanzshow schwingen sie beim Trio-Dance sogar gemeinsam mit Vadims Schützling Nikolas das Tanzbein. Nur in der Liebe soll es nicht mehr klappen. Das Herz des 34-Jährigen schlägt nämlich für eine andere. Im Jahr 2018 lernt er seine Nicole kennen. Seitdem sind die beiden unzertrennlich. Aber wer ist die schöne Unbekannte an der Seite des Profi-Tänzers? Auf den ersten Blick könnte man die attraktive Blondine glatt mit seiner Ex Katrin verwechseln. Die beiden Damen sind sich mit ihren blonden Haaren und dem sympathischen Grinsen gar nicht so unähnlich. Auch ist Nicole dem Tanzsport nicht abgeneigt. Früher tanzte sie sogar Latein. Mittlerweile ist sie aber vor allem als Model und Influencerin tätig. Knapp 18.000 Menschen folgen ihr auf Instagram. Neben den hübschen Fotos der Marketingstudentin sind auf ihrem Kanal auch immer wieder süße Schnappschüsse des glücklichen Paares zu finden. Natürlich feuert Nicole ihren Partner auch tatkräftig bei Let's Dance an. Da dürfte für Vadim und Nicolas hier eigentlich nichts mehr schief gehen.